Es gibt die, die vor etwas wegrennen und es gibt aber die, die eher auf etwas zu rennen. Abenteuer! Ich habe das Gefühl, ich bin schon in Sibirien! Oh, es ist jetzt kalt! Die Bedingungen, die ich eigentlich vermeiden will, aber ich habe nicht wirklich eine Alternative als hier durchzufahren. Wir haben ihn kennengelernt, während er rauf war. Ich glaube, wir haben klickt. Er ist aus dieser Welt. Hi! Gerade in so schwierigen Zeiten, es gibt immer eine Lösung, es geht immer irgendwie weiter, ist vielleicht nicht der ursprünglich geplante Weg, aber vielleicht ein besserer.